Ich bin eigentlich ein mutiger Mensch. Ich will immer nett zu Menschen sein und nicht gemein. Also ich versuche von Leuten beliebt zu sein, weil ich mag, ein netter Mensch zu sein. Also ich werde nicht ein böser Mensch sein, weil ich bin halt nicht so. Ich mache es glücklich, wenn ich mit meinen Freundespiele, meine Familie gesund ist, wenn Leute nicht gemobbt werden, Spaß haben. Ja, und wenn ich etwas lerne, gut bin, gute Note habe. Ich gehe in die Schule, weil ich will lernen und ein Anwalt sein und wenn ich mehr lerne, dann kann ich auch mein Ziel haben. Schule macht mir auch Spaß. Zuhause ist es mir manchmal langweilig und Schule macht Spaß und es freut mich, wenn ich etwas Neues lerne. Ich habe schon von meiner Mutter, also putzen oder so, als ich geholfen habe. Ich war zehn Jahre alt und jetzt kann ich gut kochen, putzen und ich kann Deutsch gut. Ich habe schon gute Noten dort. Ich habe eine Freundin, ich habe eine Freundin und wenn sie Probleme hat, sie erzählt zu mir, weil wenn sie jetzt das niemandem außer mich erzählen will, dann sage ich es niemandem und halte es. Und wenn zum Beispiel wir sind in der vierten Gruppe und drei zusammen spielen und eine ist alleine, dann gehe ich zu ihr und spiele mit sie, hole sie, hilfe ihr. Ich habe schon dreimal oder viermal schon einem alten Mensch geholfen beim Sachen tragen. Ich habe bei meiner alten Volksschule die Erstklässler, als ich vierte Klasse war, habe ich den Erstklässlern geholfen. Die gemobbten Kinder habe ich schon einmal beschützt. Ich habe immer meiner Familie geholfen. Meine Schwester hilfe ich immer bei meinen Hausjungen. Meine Mutter hilfe ich beim Putzen, beim Waschen. In meiner alten Volksschule würden die Kinder, die den braunen, also Hautton hatten, waren immer gemobbt und ich habe ihnen immer mitgenommen, zur Frau Lehrerin, zur Herr Direktor, damit die nicht gemobbt werden. Ich habe gesagt, manche Leute haben den braunen Menschen immer Ball geschossen, immer gemobbt, immer Schimpfwörter gesagt und ich habe dann den Kindern beschützt von den Sachen, die gewerft werden, den Herrn Frau Lehrerin gesagt, Herr Direktor und dann sind sie beschützt geworden. Die Frau Lehrerin und Herr Direktor haben dazu geholfen, weil ich habe gesagt, dass die Kinder gemobbt werden, und dann haben sie mit den Kindern, die Ball geschossen haben und gemobbt haben, haben sie, Herr Direktor, den Eltern angerufen, Probleme gehabt, gesprochen und dann haben die Kinder nicht mehr das gemacht und aufgehört. Ich denke, ich bin, naja, ein guter Mensch, aber ich will mehr helfen, weil es gibt sehr viele Leute, die helfen. Wir brauchen arme Leute, zum Beispiel Leute im Erdbeeren bei der Türkei, da habe ich mit meinem Vater geholfen, also denen geschickt, Decke, Polster, Kleidungen und es tut mir wirklich reiht wegen armen Leuten, weil ich gehe zur Schule, ich habe eine Zuhause, ich habe ein Bett, aber die armen Leute haben keine und ich werde immer traurig und deswegen helfe ich Leute, ich versuche mehr zu helfen. Es geht mir sehr gut, weil ich habe jemandem geholfen und das heißt, ich bin ein guter Mensch, zum Beispiel, ich begrüße meine Lehrerinnen und ich höre beim Unterricht zu, das heißt, ich akzeptiere ihren Unterricht, ihre Sachen und ich will nicht, dass sie traurig ist, weil wenn ich jetzt nicht zuhöre und immer spreche, dann ist sie traurig, sie denkt, es ist nicht interessant und ja und ich fühle, wenn ich mich so helfe, dann fühle ich mich so halt stark und gut.